Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von StarOctow. Es gibt einen Grund, wieso ich jetzt hier drin bin. Ich habe jetzt gerade von der letzten Folge auf jetzt alles mal hier ausgerüstet, alle Level hochgesetzt von allen in jeglicher Hinsicht. Ja, gut, was noch? Was habe ich noch gemacht? Sobald ich jetzt rausgehe, bin ich wahrscheinlich direkt in einem Kampf, weil ich habe gerade gestartet und da spawnt andauernd Feinde, wo ich gerade bin. Da fehlt mir noch der Diebeshandschuh. Das war hier. Dann kann ich stehlen. Mal schauen, wie das so funktioniert dann. Da habe ich auch so ein bisschen was gekocht habe ich. Wir haben also sehr viel Buff Food und so. Und jetzt geht es weiter. Ich gehe gleich hier rein, bevor hier wieder Kampf ist. So. Einfach mal schauen. Feind. Ah, hat er mich erwischt? Ja. Ah, sie ist Level up. Super. Jetzt sind fast alle ein bisschen überpowered, glaube ich. So, direkt ein Angriff. Ich muss mich wieder ein bisschen... Ich muss mich wieder ein bisschen... Okay. Die FP sinken gerade ein bisschen. Ah, Rainer ist Level up. Ah, sehr gut. Ich bin jetzt aber, glaube ich, schon bei 27 mein Level. Also, hmm. Ja, komm. Da ist ein Boss drin. Den Boss machen wir. Easy. Oh, ein Debuff? Ich bin wieder Level up. Was bin ich denn jetzt? 25 erst. Okay. Ich dachte, ich wäre schon höher. Nur für ihn sind wir jetzt hier. Ja, komm. Das braucht andauernd irgendetwas. Nee, nicht mein Kumpel angreifen. Das Herz vergiftet. Okay, die steigen bald auf. Hier geht's wieder runter. Ah, bitte nicht. Ah. Okay. Schafft ihr das? Also, sie haben keine FP mehr. Aber zum Glück haben wir einen Angreifer. Im Team. Alter. Das Gebiet hier ist ja riesig. So, Überraschung. Das ist so ein riesiges Gebiet. Und hier spawnen überall Gegner. Ich bin gelähmt. Lol. Okay. Irgendwie läuft's jetzt gerade nicht mehr so. Alter, wie weit geht denn das noch? Spawn gleich wieder irgendwas vor mir. Überraschung. Überraschung ist easy. Weil das gewinnen wir immer. Oh nein. Keine Überraschung. Okay. Oh, gleich Level up. Mal hier. Ach, genau rein. Okay. Und fertig. Und Level up. Ja, schön. Jetzt hat er wieder FP. Also, was ist hier? Hier ist eine Stube. Ja, natürlich. Spawned hier direkt einer vor mir. Ja, okay. Die sind easy. Easy peasy. Das ist halt. Ja. Easy peasy. Nächster Level up. Oder? Ja. Hier ist keine Kiste. Was soll das? Okay. Ein seltsamer, ein seltsames Labor. Okay. Hier muss doch hier irgendwas krasses sein. Überraschung. Laser Pins. Ja, too bad. Ja, Reyna. Level up. Es ist einfach. Okay. Ich bin jetzt den kompletten Weg hier umsonst gegangen eigentlich. Nur für das Ding hier. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist. So. Ciao. Ah, direkt nächster rein. Okay. Okay, beide Seiten. Ich helfe dir. Okay. Aber wir haben viel zu viel Leben. Da war... Die kriegen uns nicht. So. Ja, wenn ich da in irgendwas reinlaufe, wenn es so eng ist, wundert es mich nicht. Wir müssen weiter hier. Hier oben waren wir noch nicht. Ich glaube, ich gehe falsch, ne? Dann ist hier wieder auch irgendwo eine Sackgasse. Okay. Der Laserbeam war mega stark gerade. Und ich will die Fähigkeiten auch nicht wirklich ändern. Ich habe bei den Fähigkeiten so ein bisschen nachgeschaut. Wenn ich nicht weiß... Oh. Das ist ein Boss. Überraschung. Wir haben den Boss überrascht. Das ist ultra gut. Das ist ja auch gut. Okay. Easy win. Ja. Bald wieder Level up. Und wie es aussieht, ist hier nur eine Kiste. Fruchtsirup. Gut. Ich bin für einen Fruchtsirup hierher. Die wissen nicht mal, was mit ihm geschieht. So schnell geht das. Ja. Gut. Gut. So. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Und dann wieder da nach oben. Weil ich dachte, es geht hier lang. Aber dann haben wir halt 100% hier in der Höhle. Ist ja auch was. So. Nein. Ich will kein Bossfight. So. Hier geht es gar nicht lang. Hier ist ein Gegner. Alter. Too easy, ja. So. Nächster Kampf bin ich Level up. So. Wird ein bisschen geheilt. Und wieder nächster. Let's go. Let's go. Be careful. Be careful. Twins trust. Twins trust. Twins trust. That was easier than I thought. Too easy. Ja, Level up. 26. Ja, bald bin ich 27. Ich level hier halt die Hölle raus. Oh, Zweikämpfe. Der Laserbeam war gut. Ich bin gelähmt. Das war gut. Das war jetzt knapp. Das Lähmen ist halt richtig blöd. Sobald man gelähmt ist, ist man so gut wie tot. Du von hinten. So. Das sind Lähmdings auch. Ich bin lähmungsanfällig, ne? So schnell wie ich immer gelähmt bin. Vielleicht so Lähmungsangriffe von meiner Seite? Ist das auch 25? Uh. Ah, ciao. Einfach vorbeigeschlichen. Oh, nee. Boss. Kein Bock. Ja. Da komme ich nicht vorbei. Bevor ich gelähmt werde. Okay. Also Lähmung hält halt richtig lange an. Das ist nicht gut. Und wie gefällt euch das Spiel bis jetzt? So wie ich es spiele. So, ich muss jetzt nach links. Ja. Spawnt direkt einer. Da auch. Ja, kann ich mich vorbeischleichen? Ja. Nein. Ah, das war falsch. Hä? Er macht richtig Arbeit. Ja, zwei. Ja. Maximal. Also unter mir ist auch nichts. Keine Anzeige, die irgendwie stören könnte. So, hier rein. Äh. Hier kann ich hoch. Direkt. Da war ich eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Also vorne links. Hat er mich überrascht? Nein. So. Okay. Allein das permanente Aufleveln hier nervt ein bisschen, ne? Ich müsste eigentlich jetzt schon wieder, äh, mich ein bisschen sortieren mit der Kraft. So. Hier direkt nach oben. Ja. Ich greife den gleich von hinten an. Oh Gott, das sind die hier. Ah, weg mit dir. Ich helfe, ich helfe ihm. Schlaf. Ich hätte gern noch so einen zusätzlichen Charakter, den ich spielen könnte. Also da wird es noch vier geben. Hm. Ja, komm. Halt nur... Okay, Laserbeams. Von den anderen, die FP ist immer... ...so direkt vorbei. Die haben halt gar nichts mehr. Da ist grad ein Boss erschienen. So, da war nichts. Ich ignoriere die mal. Hier ist auch nichts. Hier, Boss. Okay, der sieht... Okay. 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 Ich lade jetzt gleich die FP auf und speicher. Weil da spawnt jetzt sofort noch einer. Das war nämlich drüben auch so. So, speichern. Okay. Ja. Starlight. Starlight. Starlight ist halt richtig krass. Das macht halt Schaden. 27. Der PKP. Ja, schön. Das war jetzt noch einer vorm Ziel. Hier ist der Kerl, den wir brauchen. Okay. Das war viel einfacher als gedacht. Jetzt bin ich ein Schritt näher daran, mit dieser Nervsäge vom Hals zu schaffen. Wieso? Ich finde die Drachen cool. Kannst du nicht einen Anblick an die Gefühle von Grusel und Dusel denken? Ach, komm schon. Was ist mit meinem Schmerz? Meiner Traurigkeit? Sind die etwa egal? Lass uns Aston nicht zu sehr schikanieren. Okay. Bald kann er sich über nichts mehr beklagen. Oh. Und ich dachte schon, es wäre zu einfach. Da ist einfach ein Engel gegriffen. Ein Teufel oder ein Engel? Fast wie ein Engel. Zauber. Äh, Gegenstand. Wiederbeleben. Oh, easy. Okay. Level up. Level up. Ja, ich bin halt überpowered jetzt mittlerweile. Wenn man so drüber nachdenkt, dann töten wir die Monster nur zu unserer Zweck, nicht wahr? Das stimmt, wenn man es aus Sicht der Monster betrachtet, sind wir nur ein Haufen Barbaren, die in ihre Gebiete eindringen. Territory. Wow, stimmt, ja. Aus der Sicht der Monster, ja? Was haltet ihr beide davon? Ihr müsst uns doch für all das hassen. Grusel und Dussel und Dussel, ja? Sie sagen, sie sind nicht sicher vor allem, weil sie etwas mitleid mit dem Pechvogel haben, an dem sie jetzt hängen. An dem Pechvogel. Ah, das ist witzig. Wie klingt, als würde Grusel und Dussel dich besser verstehen als sonst wer. Warum redest wir schon wieder darüber? Keine Sorge, Ashton. Also schon, als nächstes müssen wir nach dem Königsträne suchen. Ja, stimmt. Raus mit dem Pech, rein mit dem Glück. Los geht's. Ja, gut gesprochen. So, wir müssen jetzt raus, ne? Kann ich hier Kater? Kriegen? Da muss ich lang. Okay, wir haben uns einfach raus teleportiert. Das ist praktisch. Wir müssen jetzt also die Königsträne finden, aber wo könnte sie sein? In diesem Buch ging es darum, auf dem Gipfel eines Berges zu steigen. Die einzigen Berge hier in der Gegend sind die Labus-Berge westlich von Krosse. Westlich. Das wird sicher sein. Sehen wir nach. Ach. Das war die eine... Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Da. Äh, was ist hier? Hier ist irgendwas zeitlich. Von Krosse westlich. Äh, Krosse hier. Wir teleportieren uns kurz dahin. Okay. Äh. Westlich, dann müssten wir hier lang. Wart, wir ruhen uns mal aus. Hier. 40, ja. Ich weiß nicht, bringt das was Positiveres? Dass wir uns mal schön ausgeruht haben. Ich kann doch hier mit den Leuten auch sprechen. Ah, ich muss ja auch noch die Mission abgeben. Stimmt. In der Gilda. Gilda. Die ist da drüben, oder? Das ist, glaube ich, da vorne. Wir gehen kurz hier rein. Ich schaue ganz kurz. Kaufen. Außer der Helm ist hier ja nichts. Nee. Wart. Äh. Verkaufen. Das kann ich verkaufen. Ich habe davon fünf Stück. Okay. Hm. Ich sollte mal einen Zauberstab für Sie finden. Hatte er keinen? Eh. Nee, ist der gleiche. Hm. Okay. Gilda. Das wird hier sein. Ja. Willkommen bei der Gilda. Ja. Mel. Ab. Äh. Okay. Gut. Dann haben wir die Mission abgeschlossen. Hier wird nichts sein. Nein. Okay. Raus hier. Sorry. Ich dachte, da wäre ein Fragezeichen. Westlich. Das war hier oben. Auf dem Berg hier. Wie bin ich da hingekommen? Da drüben, glaube ich. Da da. Da. Ah, Leute. So. Jetzt die Königstrainer. Das waren jetzt schon ein paar Kämpfe. Ich finde die Kämpfe mittlerweile eigentlich ganz cool. Dadurch, dass das so ein bisschen Action geladener ist. Wir treten. Okay. Speichern. Da drüben ist garantiert irgendetwas. Wenn es nur eine Truhe ist. Nein. Kein Bock. Direkt in den Boss reingelaufen. Oh, ein Vogel. So, gebrochen. Jetzt bricht er da hinten auf. Dann hat er kurz richtig wieder gebrochen. Ah, ich liebe die Attacke. Die Attacke, wo sie brechen, ist halt einfach der Wirbel dem, was ich in der Luft so mache. Der ist einfach richtig praktisch gegen Bosse. Ja, ich müsste hoch. Was, äh. Was ich jetzt hier mache, ist eigentlich total unnötig. Wo komme ich denn hier hin? Komme ich so in die Wüste? Ja. Das will ich nicht. Schade, dass ich hier nicht die Kamera drehen kann. Das ist echt blöd. Ja, hi. So. Da hinten könnte ich nachschauen. Oh, nee. Was ist hier? Hier ist nichts. Ist vielleicht hier dann später der Ausgang? Oh, nein. Oh, nein. Hier inzwischen durch. Nein, das ist ein Boss, oder? Oh, nein. Wow, ich bin tot. Äh. Wir sind alle tot. Okay. Äh. Gegenstände. LP, MP. MP brauche ich. Jetzt zeige ich immer FP. MP. So. So. Äh. Ausrüstung. Ich brauche einen neuen Zauberstab für sie, ne? Sam. Ja, komm. Da. Weil ich es gerade habe. Und da, weil ich, dann habe ich ein bisschen mehr Leben. Da. 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 Nochmal. Da. Okay. Jetzt habe ich noch Buff Food. Äh. Essen. Äh. LP. Nee. Angriff plus. Gibt es irgendein Essen, was nur Bonus Angriff gibt und keine MP oder so? Das ist fast zu, fast zu gut, um das einfach hier zu verbrauchen. Okay, let's go. Ja. 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 Okay. Jetzt habe ich die gute Fähigkeit noch für... Okay. Alter, die sind gut. Ach. Äh. Ach, so kann ich wechseln. Nein, ich will gar nicht wechseln. Hm. Aber jetzt weiß ich, wie ich wechsle. Das wurde mir am Anfang mal erklärt, aber ich habe das nie gemacht. Aber wir sind der Held. Wunderful. Ja. Zwei Level-Ups. 80 Leben. Dafür Genauigkeit und Crit weg. Aber 80. Aber 80 Angriff plus. Ja. Ja. Ich speichere jetzt hier drüben gleich. Hier ist doch... Ja. 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 Wie hier überall die Monster aufkloppen. Ach, jetzt muss ich wieder zwei. Ja. Ja, natürlich zwei. Ich bin tot. Schafft ihr das? Ich bin tot. Ja. Alle Level ab. Ich nicht. Jetzt muss ich wieder hier hin. Warte kurz. Ich krieg kein Leben dazu. Okay. Was für noch mal Leben? LP. Ja, Life Points. Ist ja irgendwie klar. Hält alle Statuseffekte. 22%. 70%. Das gut. Ja komm. Das setze ich einmal. Was? Stellt 70% oder MP wieder her. LP oder MP. Ach so, auf gut Glück. Ach Mist. Das ist gut. So. Jetzt gehen wir nach oben. Ach komm, nicht noch zum Kampf. Okay. Ich will ja nur nach oben. Okay, da oben die Träne. Wir könnten vielleicht hier hochklettern. Ja. Das, was so aussieht wie eine Treppe hier. Das ist jetzt die Frage. Rechts rum oder links rum? Links rum? Das sind zwei. Ja. Hat er mich überrascht? Bitte nicht. Nein. Loll. Loll. Die haben mich einfach... Gegenstand, wieder Beleber. Alter! Alter, sind die mies. Mann, sind die mies. Sobald du einmal von denen umzingelt bist. Wirst du totgestaggert. Ja, mach sie jetzt tot. Kann ich gar nicht schaffen. Du wurdest vernichtet. Erneut versuchen. Okay, wir starten schon gut rein. Ja. 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 Angriff. Wie überpowered ist denn der Vogel? Wie stark ist denn der Vogel? Sollte ich hier hoch? Warte kurz. Alle sind fast... Das wird wieder ein Ressourcenkampf hier, ne? Ich gehe jetzt auf Essen. Das ist billiger. Äh... Einverbündete. Alle Verbündeten. 20. Einverbündete. Alle. Ja. Okay. Okay. Einer. Mp. Leben. Lebenspunkte. Nein. Ah, das ist... Das hier unten ist fast zu gut. Lebenspunkte brauche ich nicht mehr. Ich brauche mp. Mp. Äh... Habe ich nichts. Äh... Mp. Mp. 30%. Okay. Ja. Mp. 100%. Lp. 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 Mp. 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 Lp. Mp. Mp. Ja. So, hier. Hier. Ich muss jetzt gleich mitleveln, weil ich muss stärker werden. Äh... Das bringt auch Attackpunkte. So. Intelligenz. Ein bisschen. Das geht nicht. Angriff. Okay. Alter. Mp. Ja, komm. Ein bisschen mehr bei ihr. Sie bräuchte halt einen besseren Zauberstab. Den habe ich leider nicht. So. Ja. Wir ignorieren mal hier ein paar Monster. Weil sonst habe ich hier oben nichts mehr zum Kämpfen. Oh. Und Leute. Das war es auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hab euch lieb. Ciao, ciao. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das ist eine überlange Folge. Sorry. Hehehe.